Schön seid ihr wieder dabei bei meiner Videoserie Hashtag Klappe. Das Thema heute der Vordergrund. Behalte deine Zuschauer auf Augenhöhe, wenn du mit ihnen sprichst. Lenke sie nicht ab mit ständigem Lesen und Einblender. Im Vordergrund kannst du wichtige Informationen einblenden. Auch ein Untertitel ist okay, also begleitetes Lesen, oder eine Bauchbinde mit Namen und Funktion der entsprechenden Person. Und hier noch ein paar Tipps. Einblendertipp, Maximum 3 pro Minute. Untertitel, nur wenn nötig. Bauchbinde, nur am Anfang, Name und Funktion. Im nächsten Video zeige ich dir, dass du keine Textkarten oder Zettel brauchst beim Filmen. Du filmst mit dem Handy und ich zaubere deinen Film. Fabi, die Bauchbinde gehört runter. Nee. So verliere ich den Augenkontakt nicht. Und die wissen immer, wie ich heisse. Immer. Bis bald. Dein Franco. Bourget,'s. Bei Lebens. 飛 versuchen Sie immer hierantu.